Was glaubt ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TTT und die altbekannten Lümmels sind wieder am Start. Einmal die liebe Celine. Hallo. Einmal die liebe Nina. Hallo. Die auch parallel aufnimmt, also Link in der Beschreibung. Der liebe Cooper. Hola. Ebenfalls am Aufnehmen. Mit dabei auch Bella. Hola. Der Penis Denno. Und der Lappen Lars. Danke vielleicht. Hola chica. Die erste Kugel gehört. Schöner Penis. Was ist das für eine Map? Kennst du die nicht mehr? Ja doch, ich hasse die. Erbe, es geht schon mit der Waffe. Ja. Bin ich wirklich dein Schöner Penis? Was auch? Willst du ein Traitor Penis? Super, was macht ihr denn live? Das ist mein neuer Buddy. Oh no, no. Tschüss. Bye bye Celine. Der und ich sind ganz dicke Friends hier. Celine ist gerade fliegen gegangen. Hallo, wer läuft da unten? Dein Papa. Perry Hotter. Ey Fleiß, was willst du hier oben? Nina's Filter, Nina's Filter. In der Peri-Phase. Ich weiß, irgendeinen kann man doch bestimmt immer trollen. Was war das? Paul. Hilfe, ich sterbe. Ich krieg die Küse. LVP, danke. Alter, was war das denn? Was runtergefallen? Ich hab doch gesehen. Ey, du hast an mir vorbeigeflogen. Ja. War schön. 46 live. Nur noch 11 live. EG. Geh doch selber. Macho L. Und wenn nicht? Was willst du da machen? Hau ab hier. Willst du einen Weinen? Warum bist du hört, Celine? Hä? Ich weiß nicht, kommt man hier runter, außer runter zu fallen vielleicht? Mit nem Leiter. Einschlepp und Fabian ist tot. Ja. Einschlepp und Fabian ist tot. Alle hier schon hört, ich verpiss mich hier. Wieso bist du schnell? WOL, WTF, was machst du da? Alter. Ihr seid ja alle schon verbruchten. Wie kommt ihr hier weg, Cooper? Hier hinten? Ich muss ein Leiter. Holy crap. Ja, toll, mit Leitern hab ich's nicht so. Wie kommt man sonst weg? Äh, mit der Seilbahn. Ja. Die laufen die ganze Zeit zusammen, Alter. Ist da unten Wasser? Ja. Aber im Wasser sind Piranhas. Nee, aber in Ruhe. Und wo? Ich hab's überlebt. Oh, Tommi, du stehst da richtig gefährlich, ne? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich... Ich hab keine richtige Waffe. Guck mal, weil wenn jemand die Fässer zerschießt, ne? Haul. Dann könnte man sterben. Obst. Aber hier ist einer ziemlich low, ne? Ja, ich... Ich bin... Ohne Sinn... Ey, die Runde geht los, ne? Ich plumpf runter. Warum schießt du auf mich? Warum schießt du auf mich? Ich hab's gesehen. Ja, und auf was hab ich geschossen, du, Troll? Du hast gesniped. Ja, und auf was? Der Schneid. Da vorne. Ja, und auf was? Ich bin da auch hoch. Du hast auf jemanden geschossen. Auf den Fass. Auf den Fass. Auf den Fass hab ich geschossen. Ich dachte auf ne Taube. Finger. Geh weg. Geh weg. Du warst mir auch viel besser, wo Flays gerade hin. Ey, ey, ey. Geh weg, geh weg. Ey, ey, ey. Da unten steht ja noch eins. Ich wurde vergiftet. Ja, Opfer. Er hat einer was getrunken. Ich weiß bloß, wie vor. Ich wurde vergiftet. Du bist doch ein Lappen, ne? Von wem? Nicht zu vergiftet ist doch nicht schwer. Von Badfeller. Ne, 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 ne. Du kleiner Lappen. Nein, Mann, ich weiß nicht, wie das Menü aufgeht. Ich geh nicht. Ich weiß gar nicht, wie ihr seid, ey. Ich weiß gar nicht, wer das war, aber... Ich hab ihn erschossen, weil ich glaub nicht, dass du es warst. Und er einfach auf dich geballert hat. Ja. Äh, äh, äh. Weil ich glaub nicht, dass du mich aufgehend nebel... Es ist, ähm... Hä denn? Hä, es ist... Hallo? Hallo? Cooper! Da ist wohl einer tot. Toll. Was ist das? Hat irgendjemand gesehen, mit wem Cooper zuletzt unterwegs war? Geh weg, geh weg. Keine Ahnung. Irgendwann ist Bella unterwegs. Aha, Bella ist es. Okay. Äh, ich seh meine Waffe nicht mehr. Toll. Warte. Leute, ich schieße testweise. Okay, ich seh sie wieder. Aha. Da oben seh ich schon mal einen Denno. Ich brauch Musik. Warte, ich mach kurz Musik an, Jungs. Kauf dir welche. Ich mach kurz Musik an, hier. Ja. Geh mal. Wow. Alter. WTF. My Pony. My... My... Hey, das war nicht nett. Wer ist das? Fabian. Oh Gott, ein Celino. Hä, warum bist du wieder voll... Hä, er ist Traitor. Oh. Hallo Traitor. Haha. Hey, ich wollte wenigstens ein Maler zu... ... und dann auch gegen Fenner. Dennis, du sagst. Doppel, Doppelbäller. Scheiße. Ja, kein Ding. Ich hab keine Mony mehr. Dennis hat mich vergisst. Oh Mann, ihr seid immer viel zu schnell. Hallo. Fabiano. Ey, was denn? Mädchen, wenn du siehst, dass ich voll live bin, muss ich doch irgendwas machen. Warum fliegt hier ein Fass? Ich fand das so geil. Der fliegt hier. Ich sag doch. Cooper ist voll halb. Äh, Price ist das, weißt du, so. Ups, das ist ja wirklich. Ja. War schon lustig. Die Runde gelost. Und genau in dem Moment flieg ich runter. Pff, elf lebe. Ja. Ja. Das ist Karma, ja. Ey, du hättest die Fresse. Fick euch. Wie komm ich hier runter? Spring. Offline. Gar nicht. Ich helfe dir. Du hast mir hier abgeschossen. Nein. Oder du hast mir hier angeschossen. Mein Gott, Katja. Ich werde da noch geschrieben. Ich wusste es. Wie soll ich dir helfen? Keine Ahnung. Meinst du, ich spring jetzt damit runter oder was? Yep. Spring aufs Geländer mal. Aufs Geländer erst. Ey, Dennis. Dennis. Gibt kein Dennis. Wie steht hier, AfK? Ja. Verkommt, gemutet. Warum? Weil meine Pringles laut sind. Achso. Ne, er war im Menü. Er war im Menü. Ich dachte schon, er guckt Pornos. Oh, wir sind doch runtergesprungen. Ey, ey, wer sniped da? Wer sniped da? Wer sniped da und warum? Und er möchte eiskalt runter schützen. Wer ist das? Jetzt bin ich. Achso. Wenn ich jetzt sterbe, ist es Celine. Ah, Celine randaliert hier schon wieder. Ey. Nina? Ja. Maul. Maul. Oh Gott, ich will da nicht hoch. Junge. Ja, Mädchen? Na, zwei. Hey. Oh, hier liegt ja schon jemand. So schnell. Okay. Und hier oben ist jemand. Ähm, Tommy? Hier alle mal da oben. Ja. Womit wird der getötet? Ich weiß sie nicht. Tommy? Vielleicht womit wurde Dennis getötet? Wo soll ich das wissen? Ja, weil du gerade die Leiche konfirmt hast. Nee. Das war Dennis. Ja, da stand aber nicht. Oder ich habe zumindest nicht darauf geachtet. Ja, das ist ein Inno. Das war auf jeden Fall ein Inno. Da habe ich noch darauf geachtet, aber da stand nicht wie. Ich sehe hier gar nicht durch. Wie geht denn das? Ich blicke hier gar nicht durch. Ich weiß nicht, wann ich hier runterkomme, ey. Also wenn ich jetzt sterbe, ist es Bella. Achso, da kann niemand hoch. Nein, ich bin jetzt nicht. Ich schwöre. Und dann mit der Seilbahn runterfahren. Kann man ja mit der Seilbahn. Oh, ich bin auch. Oh Gott. Fuck. Was? Haha, Nina. Boah, ey. Ich habe voll Schaden gekriegt. Weil der Traitor bist, ne? Ich wurde irgendwie... Weil sie mit der Seilbahn gefahren ist. Oh shit, ey. Boah, bist du hoch? Ich bin bestimmt vergiftet worden oder so. Ja, ja. Kriegst du dauerhaft Schaden, Tommy? Nö. Dann wolltest du nur eingesnipet. Wer war das? Weiß ich nicht. Schon wieder. Ich weiß jetzt, ich habe bloß den Namen nicht gelesen. Ich stehe gegenüber von dir. Also Nina kann es nicht sein. Nina steht hier unten. Das ist glaube ich... Nina hat nicht geschossen. Nein, nein, ich habe nicht geschossen. Ich habe von dir gleich geconfirbt. Wer war das? Flays? Flays, das ist Flays. Ja, genau. Ähm, Nina? Ja. Auf was hast du geschossen? Ich habe gerade gar nicht geschossen. Bist du doof? Selin? Das hat sich mega danach angehört, als wenn du geschossen hast. Selin? Okay, Lars? Wie heißt der, auf den du schießt, Tommy? Lars? Ich habe nicht darauf geachtet, der ist da jetzt... Alleine gegen drei Traitor. Vor dir. Fickt euch. Au da ab. Ich habe den Fass weggemacht. Selin ist tot. War Traitor. Ja, sag ich doch. Lol. Lars war Traitor. Interessant. Nina? Ja? Ja, ich habe den Fass ja gemacht gerade. Hab ich doch gesagt. Ja, ja. War es ja hier? Na, ja. War es ja, ja? War es? Geh weg. Einer ist noch Traitor, ne? Wer ist es? Tommy ist safe. Ja, du bist auch safe. Ich auch. Also kannst du nur... Ja. Entweder Fass oder... ...wann da. Ja, bei Nina bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir aber bei euch bei ihm genauso wenig sicher. Ey, ich habe einen Traitor gekillt und Tommy hat vor dem Traitor angeschossen. Okay, wen hast du gekillt? Ich habe Selin gekillt. Hier. Achso, okay. Guck doch mal. Drück doch Tab. Ja, okay. Dann ist der in Ordnung. Wer hat denn Lars gekillt? Ich habe nämlich gerade nur einen Lars gesehen. Friendship beam. Okay. Tommy, hast du überlebt? Ja. Sehr gut. Also Tommy ist safe, weil er war es nicht. Okay, dann kann ich ja bei Tommy bleiben. Ich traue ihm. Obwohl er schon verurscht. Ich traue dir aber kein Stück. Ja, du wirst ja gleich sehen. Du wirst ja gleich sehen, wenn du siehst, dass ich nicht traitor bin. Wer ist da drüben? Keine Ahnung. Oh, okay. Ich sehe Nina und ich sehe Cooper. Wo, wo, wo? Ja, es ist Nina. Es ist Nina? Okay. Ich sehe dich. Cooper, lebst du noch? Nein, er ist da. Ich habe den Umfall gesehen. Okay, Fliss, ich vertraue dir. Lass uns hier weg. Ne, jetzt vertraue ich dir. Ja, ja, lass uns hier weg. Ich sage, lass uns hier weg. Ja, jetzt vertraue ich dir. Weil Nina war nämlich auch schon oben. Ja, ja, die war gerade hier vor uns. Alter, sag mal. Scheiße. What? Nice shot, Tommy, Alter. Hast du gerade geno-scoped? Echt? Hab ich dir getroffen? Ja. Oh, scheiße. Im Sprung, Alter. No-scope. Das Problem war, ich war der letzte Trader. Ich bin nur so übel an dieses Scheiß-Ding runtergefallen. Immer. Ist klar. Mein Bein, Alter. Ach so, ey. Scheiß mich. Nein, I'm sorry, ne? Du hast nur auf Fässer geschossen, ne? Weil der killt mich. Du hast nur auf Fässer geschossen, ne? Ja, klar hab ich auf Fässer geschossen. Ich hab nur gesehen, dass du geschossen hast, aber direkt. Ich dachte, ich kill dich direkt. Oh, da unten wird geschossen. Ach, ne. Fine! Oh, Tommy ist tot. Oh, ist da wohl herbekommen? Ich hab nur nicht mal... Ich hab nicht mal Widerschaden bekommen. Er war das? Was geht ab? Was geht ab? Es geht ab. Es geht. Und... Ja. Ja, ja. Ich will auch damit fahren. Kann man damit fahren? Ja, kriegst du aber Schaden. Nee, kannst nur mit fliegen. Du kannst damit auch richtig fahren, aber ich hab keine Ahnung, wie das geht. Ja, lass mal ausprobieren. Ja, mach doch. Ja, geht mal weg. Nö, geh du doch weg. Oh, ich hab's gedacht, die hier. Hey, Leute, wer ist das? Junge, der nur. Ich kann auch damit fahren. Ey, ich wurde angesch... Ich wurde vergiftet. Koopa? Ey, hast du geschossen, Oben? Ich wurde vergiftet. Koopa, erst erst. Koopa, du Lappenalter. Du hast gef... Ich wollte gerade damit fahren. Koopa. Hallo. Koopa. Wie kann ich Ihnen helfen? Okay, also Celine ist tot, ne? Da kommt der... Da kommt schon mal Denno. Ja, aber ich bin... Denno, hau ab, du Ratte, Alter. Ich vertraue dir nicht mal wie hier ein bisschen in meiner Nasenspitze. Ja. Penis, ey. Du hast jetzt so. Ich warte gerade damit fahren. Koopa, mit Patten, du hast mich eigentlich weggepumpt. Du bist genau zu den Fässern gelaufen, da hab ich mir gedacht, boah, das war so. Boah, lass das doch ein bisschen langsamer angehen, ey. Magst du es mich schnell, Nina? Au. Nein, ich genieße, weißt du. Aber wenn so zwei Hayopies wie ihr einkommt, die gleich alles wegbomben sind, dann denken wir gar nicht. Ich bin gleich hier wieder ohne, ey. Ich zeige mich schon... Springen doch! Ey, wieso werde ich denn nie Traitor hier? Was ist denn das für nötig? Oh, na ey, wieso falle ich da mal runter, Herr? Bella ist Traitor. Ey, ich will das... Also dreimal hintereinander traitern. Gar nicht, jetzt bin ich... Völlig interessant, ey. Ja, kommt es. Ey, die ist auch unser. Aber das ist das hier. Kannst nicht schon wieder Traitor sein. Ich möchte... Ah, Leute, ich... Wer ist denn da runtergefallen? Also, ne. Lell. Bella? Pebi, mach mal... Fuck! Tommi lebt noch. Ich wollte doch gar nicht damit fahren, aber cool. Macht Spaß. Boah, du Drecksau, Alter. Was ist denn hier los, Alter? Ich mache hier die Fässer, damit mich keiner damit killt. Wie geht denn das? Draufschießen. Ey, Fabian, du bist so nicht zurück. Ich habe gar nichts gedrückt, ich bin auf einmal gefahren. Einer ist bei den Piranhas im Wasser. Ich weiß gar nicht, wo die Piranhas sind. Ja, im Wasser. Serien, lebst du noch? Ey, das war cool, damit zu fahren. Boah, geh weg, da. Wer ist das, please? Hm? Aber... Wie fährt man damit? Einfach E drücken, oder was? Nein, einfach reingehen. Der fährt... Ey, du fährst automatisch dann. Aber nur, wenn du über 1,60 Meter bist. Ey, geh weg! Wow. Hey, hey. Was? Ey, nur dieses Mobbing. Ich würde mal vorliegen. Ey, Tommy. Na, du. Ey. Ey, warum komme ich in die Suche? Scheiß Steine. Tschüss, live. Bist du gestorben, oder lebst du noch? Ich lebe noch. Aufsache, es erschießt. Was? Ey, ey, ah! Tschüss, live. Was? 14 live. Oh mein Gott. Wo soll ich die denn eigentlich machen? Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Alter. Ja, bitte. Alter, wer hieß denn da? Wer war das? Keine Ahnung. Direkt auf die Schnurte. Ich habe Angst. Geh weg, geh weg, geh weg. Ey. Nicht nett. Nicht nett. Eigentlich bin ich gar nicht so zu Frauen, aber zu dir jetzt ja. Wow. Voll nett. Oh, finde ich sympathisch. Na der Ernst! Ich ist hier. So. Ich habe halt so ein komisches Geräusch. Hä? Ist das ein Bug? Ey, oh leil. Wer lebt denn denn jetzt alles nur, ich habe Angst? Das hast du mein Leben. Guck auf Tab. Das hast du mein Leben. Ja, wow. Das bringt mir viel. Ja, deswegen sind es schon zwei konfirmende. Wow. Das bringt mir ja sehr viel. Oh, leil. Ich habe einen Soundbuck. Wo sind diese ganzen Leichen hin? Geht die nicht an. Ich schwöre, ne? Kein Bock mehr. Was ist das? Wer ist noch runtergefallen? Schieß sie. Ich bin in die Pianas gefahren. Ja, und ich wollte dich wiederbeleben. Ja, hallo. Dein Ernst, im Wasser wüsste jemand wiederbeleben. Ja, was denn? Das ging kurzzeitig, Mann. Hallo. Ich war derjenige, der vor dir runtergefallen ist. Gewehr, 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 gewehr. Gewehr, gewehr, gewehr. Eine Seilroth, ich bin nicht runtergefallen. Da meinte der Fly ist noch so cool. Hä, wer ist noch nicht runtergefallen? Achso. Ich dachte mir das so scheiße. Ich habe... Aber ich hatte eh jetzt einen Soundbuck irgendwie. Ja, ich auch. Hey, das hast du die ganze Zeit gebrannt, obwohl es... Ja, ich bin der Weg, ja? Nee. Ich? Das war nur heiß. Baller mir den Weg. Ja, nein. Bei mir haben die ganze Zeit die Füße an mir genagt, ey. Ja, ja, das ist voll schlimm, wenn jemand ins Wasser fällt. Oh, das ist so kurz. Scheiße. Ich habe schon wieder diesen Bug, oder? Lappen. Meistens ist der Bug vor dem PC, ne? Im Fall von Selin, ja. Ja, voll gerne Stress, oder? Jupp. Komm doch her, Junge. Ja, komm. Komm, eins ging an zu Rap Battle. Wieso? Ey, Selin? Ja. Warum lässt der Typ sich hier so eng? Mal Mädchen, Alter! Geh mal weg, ey! Was ist denn los mit dir? Au, wa. So dumm. Breit als der Türsteher, Alter. Ja, und? Ich bin breit als das Clubgebäude. Lel. Was? Genau zu mir, ne? Ja. Es geht zu. Warum, warum ist Deno eigentlich angefragt? Ist er schon wieder runtergeplast? Ja, ja, ich bin runtergefallen. Fettsack, ey. Ey. Weiß ist es. Ja, ja, genau. Das beleidigt ihr denn immer gleich. Was denn? Deno hat's ja Deno. Ey, Selin, verpiss dich. Ey, boah, Deno. LOL, LOL. Selin. Selin ist Traitor. Junge, das ist auch wieso. Selin hat Deno einfach gekillt. Das hat Fabiano. Ja, das ist Traitor. Le, Alter. Du jumpst um die Ecke. Er guckt in meine Richtung. Er stirbt. Ey, Fabian, ohne Witz. Junge, ist er verarscht? Ohne Witz, ey. Fabianus Check. Ja, ja, deswegen hast du ihm auch mit der Pumpe gegeben, ne? Ist er verarscht? Scheiße, Alter, Selin ist in meiner Nähe. Ey, ich war... Ohne Witz. Ohne Witz. Nein. Ohne Witz. Ohne Witz. Lass, hau ab. Weißt du, ich geh da so und er liegt da rum, aber ich... Kuba, hast du's gesehen? Hättest du mich verarschen? Ich hab's nicht gesehen. Ich guck an ihr gerade zu. Hau ab, Selin. Ey, ohne Witz. Darf ich Selin einfach killen? Ganz ehrlich, Scheiß, denn singen sie um. Ja, okay, ja, ist klar. Aber confirm sie. Ah, Hilfe, ich werd angeslipt. Also Cooper bestimmt. Der Hohn. Ja, ja. Oh, sorry, Nina. Bleib! Du Haar. Ich sag doch, dass es Fabiano ist. Keiner glaubt mir. Ja, von wegen Fabiano, ne? Hey, was denn? Er ist innocent, Selin. Ja. Und jetzt? Ich weiß aber, was guckst du mir. Boah. Nee. Cooper, du Arsch, Cooper. Alles Fake News. Selin, Alter. Junge. Ich war... Richtiger Lappen. Ohne Witz. Ey, Denno, guck in meine Richtung. Sie ging ihm einfach ein Handy. Ja, ey. Das war der Cooper. Ja? So, Leute. Mapende. Gut. Haut rein. Von daher, bis dann. Tschüss. Bus� her. Tschüss.